Ich bin wie Will Smith in den Penance Day, äh, außer, ja, nur, dass ich halt keinem Alien auf die Fresse gehe, aber dann, Iris, der kriegt auf die Schnauze. Boah, ja, ich wollte es richtig cool machen, Mann, hat nicht ganz geklappt. Römerflug, Ausweichmanöver, passieren Punkt 5, 12 Uhr, 4 Feindflugzeuge auf Konfrontationskurs, Ziel erledigt, sie kommen zurück, hoch auf 6 Uhr, Ziel erledigt, sehr gut, nah rangehen und Fassen einsetzen, Arbeiten, Ziel erledigt. Wir an uns den elektrischen Lamm, bin an ihnen dran. Aris 3, genenne es ist 1. Heilige Kreise! Status für Aris 3. Kommando, die Sentinel-01 im Endanflug auf Neubagdad. Verstanden, 0-1. Die feindliche Luftaffair beginnt in 1,5 Kilometern. Starte Abwurfsequenz. Autopilot gestartet. Kapsel erfolgreich platziert. 1200 Meter bis zum Ziel. Fahre das System herunter und wechsle auf Tarn-Modus. Verstanden, 0-1. Ihre Staffel ist nicht mehr auf dem Radar. Geile Sache. Magnetische Apeilung 315 mit 12 Grad in 400 Metern Höhe. Entfernung 2,7 bis zum Ziel, Aura. Verbinde das HUB mit dem Kampfnetzwerk. Unser Primärziel ist die Atlas-Kommandozentrale, von wo aus Aris das Kriegsgeschehen tief im Innern lenkt. Mehrere Geschütze dienen der Stadt als Luftabwehr. Wir müssen sie loswerden, wenn wir das Kommandozentrum erreichen wollen. Distanz zum Ziel 200 Meter. Anzeigen ausschalten und auf Landung vorbereiten. Wechslung 4,7 bis zum Ziel 200 Meter. Wir müssen nach unten angehen. Wir sind eine Star-Kommandozentrale, vor allem diesenyigen Haare der Rollstuhlgruppe. Hammergeil, hammergeil einfach mal. Was ist das denn für ein Typ ey? Kann man sich gar nicht vorstellen, dass es in Bagdad solche Werbung... Also ich war noch nie in Bagdad, aber... Na gut. EM1 kann ich? Okay, alles klar. Das war dumm. Scheiße, ich hab LB... Ich drück die ganze Zeit LB wegen der Granate. Ich blick hier überhaupt nicht durch, ja. Kann ich mich da reinziehen? Oh shit, raus hier Jungs! Boah, Alter, mir ist ein dickes Rohr ins Gesicht, darauf steh ich jetzt nicht so, Kollege. Darauf steh ich jetzt nicht so. Ich bin in den grünen. Ich nehme SS1. Halt in die Position und gebt uns Deckung. Wir feiern die Leute auf den Kanten. Ich nehme SS1. Alley, los! Geschütze erledigt. Gut gemacht, bitte. Nehmen wir uns den Test vor. Achtung, zweiter Stock im Zielgebäude! Ich stehe es! Achtung, zweiter Stock im Zielgebäude! Wir haben es hier! Mit dem ersten Ende des Zielgebäudes, erster Stock! Noch ein aktives Geschütz auf der Südwestseite! 3, 4, 3, 2, 6, 1! Okay. Damit habe ich das noch erledigt. Wer schieß denn da noch übel auf mich? Verstanden, Poseidon! Das Ziel befindet sich festlich des Allsaadi Financial Gebäudes. Mehrere ESTs und mindestens 3 schwere Geschütze. AFP! Vorwärts! Ja, wie geil! Haha, wie geil! Schwere Mechs geortet. Ausschalten! Wat für'n Ding? Eins, zwei, zwei Handball! Richtig geil mit dem Greifwagen! Wow! Warum bin ich eigentlich nicht im Geschütz geblieben? Warum schon du Iron Man für Arme? Jetzt geht rauf endlich! Mal gucken, wie treffe ich denn hier vom Geschütz aus? So, ich treffe aber die da hinten. Ist der Typ hier unten noch irgendwo? Na komm, irgendwie treffe ich dich doch, oder? Ja Leute, wo sollen wir denn jetzt hin? Ja. Sollen wir uns hier irgendwie weiter vorankämpfen oder was? Diese Uppercut-Schelle Naja, die Waffe ist irgendwie nicht so geil Oh, Scheiße, Mann, ich weiß, ich weiß, ihr wollt mich alle snipen sehen, aber meinst du, ich kann das bringen hier? Ich weiß es nicht Ich hab die Sniper doch sein lassen, weißt du Ich hab die Sniper an den Nagel gehangen Die Zeit sind vorbei What the fuck, hier war doch gerade schon wieder einer Verschwinden die jetzt mal ohne Witz? Oder ist der vor meiner Nase hochgesprungen und ich hab's nicht registriert? Okay, der ist auch in der Wand verschwunden Schenk fest, schenk fest Bestätigter Polis 6, wir gehen in Plakierposition 1, Roger, Athena 5 1, 2, 2, 3 1, 3, 4, 6, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 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 21, 20, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 20, 21, 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 21 Der stirbt, der stirbt! Was ist das denn? Oh shit. Das ist das Gift. Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Zurückschießen! Bürger von Neubagdad, halte durch! Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Sehen Sie sich um. Um uns herum fallen die Feinde, einer nach dem anderen. Jeder einzelne von Ihnen kann die Veränderung einläuten. Ja, es wird Verluste und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir, wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehen und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir können sie uns nur holen, wenn auch Sie bereit sind dafür zu kämpfen. Kämpfen Sie! Ich dachte schon, wir sind irgendwie so ein Quidditch-Duell und es sind alles hier Schnatze oder so. Aber da haben sie ihr Scheiß-Gift mit verteilt. Na gut, wir haben keine Punkte. Das heißt, weiter geht. Es wird wahrscheinlich die letzte Mission sein. Mal sehen. Im apenas 3 Gemüse Shines Im also Vielen Dank.